Irgendwann bekommst du vom Leben folgenden Satz zu hören. Willkommen zu spät. Und dann wartest du. Und während du wartest, rauchst du deine Zigaretten. Hängst rum und verflugst Gott und den Teufel. Wenn du Glück hast, fällt dir dann ein One-Way-Ticket in die Hände. Und du hast was zu tun. Du krepierst letztendlich nicht nur an Whisky und Zigaretten. Aber wenn du Pech hast, kann das Ding ganz schön nach hinten losgehen. Die Sache mit dem Koffer war einfach nicht unsere Liga. Wir schwammen sprichwörtlich im Haifischbecken. Der ist mit der Hand im Koffer getürnt. Ich kann dich nicht erwischen. Aber dieser verrückte Tabakhändler wollte ja nicht aufgeben. Ihr verdammten Dreckskerle! Zwei meiner besten Männer sind tot! Das werdet ihr mir büßen! Ich bin verdammt wütend! Verdammt wütend, beschreibt nicht annähernd meine Stimmung. Wenn der Tabakhändler durchhält, kann ich das auch. Also gehen wir es an! Also gehen wir es an! Ich bin verdammt wütend! 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 Vielen Dank.